Hallihallo und Willkommen zu einer neuen Folge True Eyes. Oh ne, nicht dieses Level. In dem Level müssten wir Kisten zerstören. So, hier haben wir schon mal unsere Schrotmanition. Sehr gut, da haben wir unsere Schrotflinte. Und wir haben auch noch 7 Leben, ey. Im letzten Part haben wir ja voll viele, beziehungsweise das heißt voll viele 2 Leben beim quasi Mini-Kampf da opfern müssen. Du kannst auch mal weggehen. Boah, 11 Kisten noch. Läuft ja. Ja, oder? Ja, ich schweig. Entschuldigung. Und nun können wir ja noch mal weggehen. Wenn wir jetzt noch nicht ab, Wir können gleich los nach oben gehen. Und dann vor dem Radon sind wir uns reinbringen. Wir können hier noch verlaufen. Es ist ein Punkt. Wir müssen uns zurücknehmen. Jetzt noch mal deine Füße nehmen. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt lang? Gehen wir hier erst lang? Der Schwinder. Wow. Okay, das lassen wir erst mal noch. Sehr gut. Das macht nicht so gut. Ja, das macht es gut. Ich habe mich jetzt noch mal." so noch zehn stück das zieht sich ja dann extrem hier bis wir alle zehn gefunden haben ja gut dann ist das so die frage ist nun müssen wir jetzt weiter nach links oder geben wir erst recht nehmen wir jetzt erstmal die schrufflinde oder machen wir weiter pistolen action verschwinde 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 okay dann immer bestens schroti besser ist es da gehen wir erst mal unten gucken da geht es nicht weiter da auch nicht und hier geht es nur zurück ok da geht es zurück da geht es auch nicht weiter und der hatte für uns die utzi sehr gut mann tötest du denn jetzt mal aua Weiter Kisten sammeln hier. Na hier ist nichts, ok. So, dann gehen wir erst hier. Ok, dann ist wieder der Rote. Alter. Ey, jetzt ist aber hier mal Ende im Gelände. In dem Gelände hier. Ich brauche Heilung, sonst verlieren wir wieder ein Leben. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Wow. Kann ich auch. Jau. Er tut das gleiche machen wie ich. Toll, jetzt wäre da die Heilung gewesen. Aber nein, ich musste die Granate mitnehmen, ey. So ein Käse. Ey. Jung. Ja, was kommt denn da jetzt geflogen? Ist das ein Raketen? Ach ja, nee. Heftig. Jetzt kommen die alle schon mit Raketenwerfer hier um die Ecke. Hier. Ah, da haben wir wieder ein neues Leben, ok. Und sechs Stück brauchen wir wohl noch. Oh, ich würde sagen, wir holen mal eben die Heilung. Bevor sie da verschimmelt. Das muss ja nun wirklich nicht sein, ne? So, du kannst auch mal weggehen. Ah ja, genau. Drei. Drei. okay wo muss ich denn jetzt lang hier geht es nicht lang und 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 Oh Hier haben wir wieder Granaten, okay, da brauchen wir. Wow, 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 wow. Ey, geh mal weg hier. Heftig. Heftig. Wow, 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 wow. Ach komm. Ja, so lange werden die Level auch schwieriger. Aha, er hat ihn weggekokelt. Damit lässt sich's auch leben. Jetzt vergiss es mal. Hey, schon wieder so ein Granaten-Heini. Jo. In der 6 Leben, Leute. Und da wär Heilung gewesen. wir nehmen sie trotzdem mit okay das hört sich schon mal nicht gesund an kann ich den da vielleicht lasse es noch drei drei kleine kisten brauchen wir noch gut da ist heilung jetzt ohne witz so ich würde sagen wir machen hier auch jetzt erstmal unser erstes folgen in dem level wir hören uns in der nächsten folge wieder bis dann